Hallo, ich bin euer lieber Komo, meldet sich wieder vom Arzt und ich war bei dem Arzt und ich habe gelasert und ich habe mein Auge gelasert in Augenschule und leider wollte ich eine Spritze, aber leider habe ich nicht bekommen. Ich wollte nicht, ich habe Angst gekriegt von der Spritze in Auge zu geben, ich kann leider nur mit einem Auge sehen, aber ich muss trainieren im Auge und mindestens einen Tag darf ich keinen Computer spielen, bis morgen, morgen darf ich wieder Computer spielen. Heute muss ich trainieren im Auge, aufmachen, zumachen, aufmachen, zumachen und muss immer trainieren im Auge, weil drinnen im Auge wurde eine Flüssigkeit entdeckt, weil ich zuckerkrank bin und da ist eine Flüssigkeit drinnen und die haben mit Laser gemacht und das war ganz einfach Laser, war besser mit Laser gemacht habe ich und so. Ich werde die leider nicht spielen können, bevor das gesund wird, Re-Life geht vor, das weiß ich, aber wenn ihr wollt, dass ich spiele, tut mir leid, ich kann es nicht, es tut mir so leid. Was noch? Ja, ich habe, musste lange warten, paar Stunden musste ich lange warten, so vier oder fünf Stunden musste ich krankenhaus warten. Na ja, und das war alles. Und was macht ihr denn so, was gibt es noch bei euch, schreibt mal rein, kommentiert und so, oder gebt Abo oder irgendwas, oder sucht Leute, dass sie abonnieren und so. Aber okay, mir geht es gut, ich bin zu Hause, ich werde gleich nachher essen, was, einen Salat, was gesundes, ein Mineral zu trinken und so. Und so wird das Leben schon sein. Wir sehen uns morgen, am Nachmittag und dann werde ich mit euch spielen wieder und ein paar Videos machen, ein paar Livestreams werde ich machen, als für eine Belohnung für euch, dass ihr Geduld habt für mich. Danke euch, ich liebe euch alle, meine Freunde, ich liebe euch alle. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg, euer lieber Komo meldet sich wieder und ich danke euch vielmals, alles Gute und passt auf euch auf und seid gesund und isst nicht so viel Zucker und dass ihr auch gesund seid, okay? Passt viel Spaß noch, euer lieber Komo meldet sich wieder, bye bye, tschüssi, pussi, bye bye. Ich liebe euch, mwah, ich liebe euch, mwah, ich liebe euch, mwah, ciao, ciao, euer lieber Komo.